Gut, dann ich danke allen Leuten, die heute vorgetragen haben, allen Leuten, die Wortmeldungen gebracht haben, allen Leuten, die beim Stream anwesend waren. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Vielen Dank fürs Dasein. Bitte räumt nachher die Stühle weg. Und jetzt beginnt der nette Socializing-Teil. Vielen Dank. Das war er, der 14. netzpolitische Abend aus dem Wiener MetaLab. Wie immer, jeden ersten Donnerstag im Monat. Also, man kann es im Kalender bereits nachschauen, wann der nächste netzpolitische Abend stattfinden wird. Ich werde es für euch verraten, es ist am 6. April.